Halli, hallo, hallö und herzlich willkommen zurück zu GTA Online, meine lieben Freunde. Weiter geht's hier mit der Schlitzer 3 und ja, mal gucken, wer der Schlitzer ist. Auf jeden Fall mit dabei ist der Agrokolb. Hallo. Der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Nero. Hallo. Der Noxi. Hallo. Und Chrisplay. Was hat er gesagt? War das jetzt gerade Chrisplay? U-Bahn. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Schlitzer 3. Mal schauen. Ja, schön auf einer Yacht. Ja, ich hab euch mal eingeladen, ne, also das ist so meine Yacht jetzt, ne. Ihr kennt das gerade mal rausgefahren. Gabax wieder, Gabax wieder. Stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht, da steht's. Und ich dachte mir, mach ich mal das Licht aus und mach eine schöne Party. Aber Gabax ist hier, Gabax hat sich die, genau, MC Onkel. Nee, Gabax hat, Gabax hat sich in den letzten zwei Folgen sehr unbeliebt, ne. Oh Gott, wie hässlich. Ich wäre dafür, dass es zwei Schlitzer gibt. Das geht aber nicht. Ach, nee, geht ja nicht, scheiße. Chris, man hat den da nicht angenommen. Gott. Ich hab mir gedacht, lass mal, ich glaub mal, der ist. Naja, also ich weiß nicht, ob wir ihn, das ist nicht der Gute. Da fand man auf, der ist. Blade of Car. Warum krieg ich denn wieder einen auf den Deckel hier? Das gibt's doch gar nicht. Du warst doch zuerst da. Ja eben, ich war doch da drinnen. Das ist doch scheiße. Guck mal, musst. Jetzt wär's. Ja. Was tut es? Es hängt. Es wackelt. Was tut es? Es sitzt. Der Kontrast ist hochgegangen. Jetzt geht er wieder runter. Und jetzt geht's los. Ich hab irgendwie scheiß paar. Ich hab eine Warte. Ich hab mir schlecht. Da ist sie gegangen. Wer war jetzt der Schlitzer? Chris, ne? Ich hab jetzt Hunger. Ich geh jetzt erstmal in die Küche. Nur so nebenbei. Erzähl doch einfach, wo du hingehst. Warum hab ich eine Warnweste an? Ähm. Vielleicht bist du ein Bauarbeiter? Ach stimmt, genau. Du wolltest eigentlich hier meine Yacht streichen. Ähm. So, dann hab ich dich einfach mit eingeladen. Bin eine Warnweste. Hab ich gesagt, ja kannst du da mal mitmachen, ne? Weißt du, was ich lustig finde? Ja. Ich bin der Bauarbeiter. Wo ist der Cowboy? Hm, 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 hm? Warte mal, wir sehen uns. So, wo geht's hin? Ich bin ein Mechaniker. Der ist schon ein bisschen scheiße. Elektriker. Ach Leute, mach doch mal die Taschenlampe aus. Hey, ist das ein Messer oder ein Meglide? Junge. Messer oder Meglide? Ich knüppel dich nieder. Das ist ein Techlight. Was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, wo es wie lang geht. Was? Ich verlauf mich auf meiner eigenen Yacht. So gar nicht. Gibt's ja denn noch einen anderen Weg? Ja, genau. Rennt doch. Damit er euch hört. Boah, Leute, rennt doch nicht. Okay, was ist denn hier los? Ich versteck mich da jetzt aus. Macht doch mal die Taschenlampe aus, Mann. No chance in hell for the rescuers of the... Wie heißt der Yacht? Eichelpilz. Schau, ich sag's. Bin weg. Eichelpilz heißt die Yacht. Ach, guck mal, hier. Das sind meine Gästezimmer und da versteckt sich irgendwer. Ich gründe die Aussage. Da versteckt sich jemand in meinem Weg. Im Gästezimmer. Und hier ist mein Büro. Ey, ich bin überhaupt auf der gleichen Map. Alter. Ja, du musst wissen, meine Yacht ist mehrstöckig, weißt du? Er steckt dich vor, dem Schlitzer. Was ist los? Geschnauze. Wo ist er denn? Du bist der nächste Rivano. Du bist der neue Rivano. Aber Schlitzer, Schlitzer, bitte zerschießt nicht meine teuren Vasen. Wo ist denn der kleine Scheiß, hä? Nein, der heißt Schlitzer. Schlitzer. Ah, Schlitzer. Ich hab irgendwie so ein dubbes Gefühl, dass ich wieder der Erste bin, da dran ist. Obwohl eigentlich alle anderen die Taschenlampe anhaben. Der Erste ist, der glauben muss, er wäre denn schon tot. Das ist der liebe Onkel mit der Kugel in dem Mund. Das hast du doch schön. Was ist denn das? Könnte eigentlich nur, ich weiß, wo ihr seid. Geh weg. Ich versteck mich vom Schlitzer. Hier wollen wir stehen. Vom Spritzer? Vom Spritzer. Nein, Schlitzer. Du dort. Aber wo? Oh, die Kissen wären noch ganz nass hier. Vom Spritzer. Wo sind wir denn? Der Schlitzer. Der Schlitzer. Der Schlitzer. Da ist auch. Der Schlitzer. Der Schlitzer. Der Schlitzer. Lauf doch zu. Lauf doch zu. Nein. Mach Licht aus. Nimmst du noch? Nein, ich bin tot. Oh, nein, ich nehm noch. Oh, fuck, nein. Lauf. Lauf. Ich bin einfach über die Bande gesprungen. Lauf. Lauf, Forrest, lauf. Ich bin vor Schrecken einfach über die Bande gesprungen. Boah. Haha, jetzt gibt's. Wo ist der Schlitzer? Da, das hoffen. Wo ist er dann? Da gab es Eppel. Warum schätze ich an die Bande? Jetzt gibt's Eppel. Ruhe. Du links, ich rechts. Schlitzer war hinter mir. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wie sieht der jetzt eigentlich aus? Also, was hast du für eine Maske auf? Ist ja egal. Achso. Hey, 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 hey. Hey, rechts, 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 rechts. Nein. Wo ist er? Wo ist er? Boah. Aber ich hab noch's gekriegt. Und ich muss genau nachladen, ey. Scherz. Runde verlieren. Display. Scheiße. Okay, so, da. Und das war nachdem, natürlich. Glitzer 4, oder was? Glitzer 4. Oder geht's nochmal? Es gibt noch drei Runden. Ach stimmt, es gibt ja mal drei Runden. Ja, ich hab's vergessen. Tut mir leid. Gleif ich jetzt Schlitzer oder ist jetzt jemand anders? Ja, ich hab' der Schlitzer. Anderer. Jetzt kommt der Schlitzer. Okay, ich bin der Schlitzer, glaub' ich, ja. Wo ist der Fleisstift? Wo ist der Fleisstift? Alles klar, Onkel ist an der Schlitzer. Digi, dein Auge hängt runter. Anspitzer. Nee, doch nicht, ich bin nicht der Schlitzer. Nee, doch nicht. Doch, du bist ja Anspitzer. Trick euch. Doch, jö. Scheiße, der. Wo sind wir denn hier schon wieder? Hector. Boah, ich verschicke immer. Komm ich denn da hoch? Mach die Tasche noch raus. Scheiße. Scheiße. Wie, aber als würden sie sich gerade wirklich irgendwo verstecken. Mach die Tasche noch mal raus. Psch, jetzt raus. Was ist das denn? Oh, cool. Wer ist denn jetzt der Schlitzer? Ich nicht. Er macht das Lampen aus, ey. Psch, ich bin auch, nein, ich bin kein Schlitzer. Du hast doch eben selbst gesagt, du bist ein Schlitzer. Nein, hab ich gedacht. Schlitzer kommt. Was hast du gesagt, du bist es? Ich bin aber nicht der Schlitzer. Oh, Onkel ist es. Psch, ja guck, wie hektisch ihr auf einmal wird. Ich bin gerade hinter dir, natürlich bin ich der Schlitzer. So tut Matrikes und vibriere. Alles, kippt du ab. Alles, good vibration. Das ist, was sie sagt. Der Schlitzer ist da, der Schlitzer ist da. Verlaub mir, Korde. Pizza, Schlitzer. Ach, geht's dir gar nicht weiter oder wat? It's a me. Schlitzer. Nein, du siehst mich doch, ich wusste es. Ah, scheiße. Wie man einfach nur den Schrot an der Wand hört. An der Wand. An der Wand, ja. Schrot an der Wand. Du stehst aber hier ein. Oh, weg, 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 weg. Go up. Was ist denn hier? Lauf, lauf. Er kommt. Feige Richtung. Was ist hier los? Ach, leg dich hin. Schlof. Ach, Onkel. Was denn? Was ist denn über mir? Der Noxy, der Arsch. Der war die ganze Zeit der Schlitzer. Und sagt dir, Onkel. DTT auf dem Podium. Du musst, dass es keine Rolle spielt, dass wir müssen, wer wer ist. Wir töten uns einfach so oder so. Alles klar, Agro ist es. Ich fand aber die Schleicher. Ich fand die Schleicher. Alter, ich fand. Ich krieg's nicht gebacken, dass du das auslässt. Ich fand die Fleischerei am atmosphärischsten. Jetzt hab ich's. Auf jeden Fall, ja. Wie schleicht man jetzt eigentlich nochmal? Ich weiß immer noch. Bei mir ist Steuerung auf Tastatur. Ah, stimmt. Gedrückt. Einmal drüber aufdrücken und dann schleicht's. Brauch ich nicht. Ist unwichtig. Moin, Ed. Wo geht's denn hier weiter? Jo, wer schießt da? Ah, netter Schlitzer. Lädig, wie ich schlaufe. Mach keinen Schrauch. Alter, ich hab recht, alter, das Akko. Finishing game. Scheiß, Tast hat gehungelt. Wie komm ich denn da hoch, Kollegahs? Da oben, wer läuft da? Was? Das bin ich. Wieso? Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkomme auf die höhere Ebene. Wie komm ich da hoch? Ich bin so geil versteckt. Der sieht mich nicht. Geil. Ungeversteck dich. Maschinenraum und irgendwo lang. Schwerst du nicht, wo der ist? Das ist mein... Ja, du, geschwerst du nicht. Die, 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 die... Die alle unten hängen. Du kannst doch was Küchenfachgeschäft. Oh nein, nicht runterfallen. Mama, ich weiß nicht mehr, wo ich langgehen wollte. Guck mal. Wie soll ich denn hier wegkommen? Komm, mir die Remake! Das sieht cool aus. Ach, hier! Okay, hab's. Da ist er! Da ist er! Auf dem obersten Stockberg pimmelt er rum. Ja, Agro, ich weiß genau, wo du bist. Der soll nicht pimmeln, der soll Leute töten. Nee, auf dem obersten Stockberg ist er hier oben gerade in die Yacht drin. Der müsste jetzt eigentlich auf dem Weg nach Ohne sein. Da klopp ich dich um! Du Sau! Ich hab mich erst mal schön erschreckt mit der Taschenlampe. In die Augen. Boah, 10.27 gekriegt. Na, 9.5. Hast du dich schön erschreckt? Schlitzern? Ja. Die sind jetzt Ram 27. Und ich achte nicht zu. Nice. Das ist ein grüner Aufer. Weißt, ich dachte erst, das wäre ein Kollege und dann sehe ich so, hm, pinke Waffe. Das klappt nicht. Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, dass wir mal von dem Schlitzer mal wegkommen, oder? Ja, schick dir jetzt das. Aber nicht noch Schlitzer 4 und so? Jetzt wird es ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Was haben wir uns noch? Nee, 4 und 5 fehlt uns noch. Wir haben 3 gemacht. Ach so, wo ist es? Genau. Ja, aber es wird langsam langweilig, oder? Vielleicht gibt es ja eine schönere... Ist doch Wurst, warte. Komm, mach weiter. Was gibt es noch? Was gibt es denn da? Äh, Angriff und Abwehr. Ach, guck mal. Angriff und Abwehr, das klingt doch gut, oder? Ja, ich bin für Angriff und Abwehr 2. Alter, Schlimmzahl 5. Guck mal, das ist in so einem Anwesen. Nein, die Fleischerei war geiler. Ich kann nichts mehr machen. Angriff und Abwehr, ja, wenn sobald eine gewisse Anzahl abgestimmt hat, kannst du nichts mehr machen. Ja, ich glaube es hat 3 oder sowas, 3 pro, äh, Gedöns. Was müssen wir denn? Kontrollpunktrennen zwischen... Ach so. Was? Okay. Kontrollpunktrennen zwischen Paleto Bay und dem Chilliard Mountain Naturschutzgebiet. Die Läufer müssen die Kontrollpunkte in vorgebender Reihenfolge passieren, während die Blocker sie verfolgen und auf jede mögliche Art versuchen, ihren Läufern zum Sieg zu verhelfen. Ich, ja? Was? Reißen, packen, sickes Auto. Was? Was hat er gesagt? Das klingt jetzt so nach drei Gruppierungen irgendwie. Also nach denen die fahren, nach den Helfern und nach den Blockern. Es steht 4 Teams. Geil, jeder für sich alleine. Blocken, fahren und angreifen. Alles. Siehst du, jetzt wäre es wieder gut, wenn wir alle wären, weil dann könnten wir 2 Teams sein. Ja, 3 Teams, ich hab's gewusst, Alter. 1, 2, 3. Alles klar, ich bleib hier. Ich find's gut. Ich bin mit Kluskel zusammen. Oh, den Onkel. Oh, du Penner, Alter. Boah, du bist so ein Treuer. Scharfschütze, Militärschütze. Warte mal, es gibt einen Läufer und einen Blocker. Das hab ich ja noch nicht so ganz verstanden. Ich mach einen Blocker. Nero. Oh, was kannst du machen, was kannst du machen, Onkel? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Oder mach ruhig. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Wirst du Fahrer sein oder willst du Blocker sein? Ich will Fahrer. Okay, dann mach ich Blocker, gut. Bereit. Fress dich, muss ich schießen oder was oder wie oder wo? Ach so, Chrisplay kann er natürlich auch fahren. Ich nix verstehen. Hab's doch nicht verstanden. Was? Guck mal. Ach so, deswegen haben wir verschiedene Autos. Ach, okay, der ist, oh fuck, er ist der Blocker, okay. Du musst mit deinem orangenen Kahn, musst du die anderen aufhalten. Und ich muss versuchen. Okay, hast du kapiert, Agro? Kapax, okay. Du musst auf die anderen, genau. Du musst die anderen zerstückeln. Alles, was nicht pink ist, wird weggeklatscht. Du musst die Young Rider alle kaputt machen. Ich muss rechnen. Komm, wo ist denn los? Ach so, los, findet ihr. Boah, Alter, du wolltest doch kümmern. Klatsch mit dem Roll. Boah, geh mal weg. Weg, doch. Weg. Weg. Nero. Ja? Au. Au. Los geht's. Oh, ich hasse voll. Na, Gabax, what's up? Äh, nein. Pass auf, da kommt Jock. Du musst mir helfen, Agro, ich brauche Hilfe. Du sollst eigentlich, du sollst eigentlich mir helfen. Oder die anderen kaputt machen. Ja, oder? Ich habe hier gerade so einen pinken Arsch am Arsch. Gabax, siehst du dir weg? Ich bin was? Ob du der Weg siehst? Was ist denn der Weg? Was ist denn der Weg? Ich verstehe dich nicht. Tut mir leid. Rede doch, wenn du den Weg siehst. Der Weg. Der Weg. Oh, der Weg. Ich verstehe dich immer noch nicht. Nein, nein, nein. Nein, scheiße. Komm ich da jetzt wieder hoch? Nein, ich muss, also ich muss, äh. Alter, ist der langsam hier. Musst du den Weg langfahren? Ach, den Weg. Ach so, Weg. Der Weg. Okay. Ja. Äh, weg. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich den Falle. Voller Pullen muss ich sehen. Nein. Mach keinen Scheiß. Äh, toll. Ich hänge am Stein fest. Äh, Agro, Agro, Agro. Ich brauche Hilfe. Boah, die kacken sich da hinten, die kacken sich, die ficken sich da hinten deinen Arsch und ich bin hier ganz alleine. Und mich fickt hier jemanden deinen Arsch. Ich, weil, Chris fickt mich hier und Agro hilft mir nicht. Agro ist eingeschlafen. Ja, was kannst du mal anders da? Agro ist eingeschlafen. Was? Hast du gemerkt? Agro ist eingeschlafen. Was, 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 was? Was? Agro, ich brauche Hilfe. Chris macht mich fertig hier. Aber was ist das? Mein Konto? Ich komme überhaupt nicht weg, Mann. Aber was soll ist denn hier jetzt Aufgabe? Wir müssen, also wir Lowrider, wir müssen die Checkpoints ab. Agro, mach hier nicht. Ich explodier gleich hier. Nein, andersrum. Wir Lowrider müssen die Checkpoints sacken, einsacken und diese komischen gepanzerten. Gründe, komm mal lila an. Mach mal lila kaputt. Ja eben, rosa. Rosa kriegt du die ganze Zeit auf den Sack, aber Chrisplay ist weg. Das ist Nero und ich. Mein Teampartner ist weg. Ich mach den Gabax hier kaputt. Achso. Der ist schon der Dampf schon gleich. Alter, ich versinke hier die ganze Zeit im Sand. Ich komme hier nicht voran. Welche Farbe ist denn, welche Farbe ist denn, Gabax? Musch da aber nur zurücksetze. Ja, ist das denn zurück? Wenn, dann jag mal Pink. Benutzt du Controller? Ne, Maustastatur. Wenn, dann jag mal Pink, weil die sind erster Platz. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Acht von zwölf, Alter. Jetzt geht's weiter. Onkel, wen hast du bei dir? Läufer oder? Ich hab was? Läufer oder Blocker? Blocker. Blocker. Da geht man die ganze Zeit hier auf den Sack. Okay, ich komme. Nero, das machst du gut. Ja, genau da lang. Hast du hier die Kontrollbuch? Boah, der, der kommt, der kommt. BAM! Ich hab sogar noch die Schnauze am Gehoben. Mir ist langweilig. Aber Lila hat gleich gewonnen. Das ist voll langweilig. Jetzt haben wir das erstmal gecheckt. Was? Pink? Ja, Pink. Pink, feier. Pink hat schon, ey, guck mal. Und der fährt da sonst wohin, ey. Und Gabax ist nach Höchstleistung 2. Oh! Ja, weil der Christ mich hier die ganze Zeit gejocht hat, ey. Das ist ja cool, das war. Jetzt häng ich hier schon wieder fest. Verdammt. Jocht on the way? Wie soll ich denn da den noch kriegen? Der ist doch schon... Alter, du bist schon Läufer, Onkel, gell? Ja, ich glaube, ich nicht Läufer. Ich hänge hier fest. Komm, wir nicht raus. Ich glaube, wir sollten jetzt nochmal einen Neustart. Äh, da hat er gewonnen. Juhu! Ja. Äh, Akku, diesmal tauschen wir. Ja, gut, komm. Ja, okay. Meine Front. Ja, bis du mal gecheckt hast, wie das funktioniert, ja? Ja, okay. Einer fährt und der andere kloppt. Okay. Sehr schön verloren. Na ja, wohl, wir sind zweiter Platz. Eigentlich können wir uns jetzt hier beschweren. Von dritter. Äh, von drei. Weil ich Gabax schön in den Zaun erhalten hat. Irgendwo im Busch. Am Strand. Von hinten. So, nochmal. So, wiederholen. Ja, bin ja auch dafür. Guck mal, da gibt es auch Angriff und Abwehr 4. Abwehr 1. 1, 3, 5. Vielleicht sollten wir erstmal mit 1 anfangen. Ich glaube, das wäre das Beste. Wir haben jetzt direkt mit 3. Ich mach jetzt, äh, machst du jetzt meine Leute. Achso, wer geht jetzt mit mir ums Team? Wiss ich gekommen. Okay, machen wir erstmal. Wir müssen mal erstmal gucken. Wir sind gleiche Teams, nochmal. Ja, nochmal. Und das sind halt nur Blocker und so tauschen. Ein Rumor. Schaffen wir jetzt ja noch einmal und dann können wir auch. Ja, ja. Da ist die Folge eh fertig. Ich bin ja jetzt schon bei 18 Minuten. Genau. Und dann können wir auch alle ins Bett gehen. Was, was, was? Bett? Was ist das? Bett ist, Bett ist noch ein weiterer Entferner. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Bett steht ganz weit weg. Okay, ich bin wieder mit Chris Bates. Oh, Chris Bates. Nee, ich bin jetzt mit Chris Bates. Oh, nicht der Ocke. Ich geh jetzt mal Blocker, so. Nee. Dann willst du Läufer oder Blocker sein? Na gut, da mach ich Läufer. Scheiß drauf. Okay. Nero. Aber man kann auch klassisch nehmen. Akro, was du machst, weißt du, ne? Dann will ich Blocker. Ja, ich bin Läufer. Ich will auch mal Läufer. Ja, einfach die Dinger abfahren, da. Backpoints abfahren, okay. Das ist ja scheißegal, wer fährt. Jetzt schreien, wenn du Hilfe brauchst. Blocker siehst du nicht. Das ist ja... Wie du sagst, ist ja scheißegal, wer fährt. Hauptsache der andere. Dieser schwule Chat nervt sowas von. Das geht aber nicht weg, ne? Das geht aber nicht weg, ne? So schön, als Thumbnail zu nehmen. Oh, ich bin pink. Ja. Also wäre ich grün. Boah, wenn ich die Fresse schenze, wird was ganz komisch. Nero, gib du Gas, ich glaub die weg. Und Vorsicht, die Checkpointe, die sind ein bisschen wieder gelb, ja. Springt nix und wir uns wegrammen, ihr Vollpfosten. Mir doch egal. Hätt auch weg. Wir müssen... Alter, kommt mal klar, ihr Luis. So, ich hab meinen gerettet. Oh, die Karre, die hat ja auch eine Beschleunigung, ey. Nero, gib Gas. Ja, super. Du hältst dich leider. Ey, chill doch mal, Tiggi. Boah, Alter. Mach dir die Nutranden kaputt hier. Wasserspiele. Nero, was machst du? Nix, ich häng hier. Ich will den lilanen, Onkel. Nur auf den lilanen gehen. Kommst raus. Deine scheiß Karre. Oh, Nero, schön fahren. Ich bin fällt, du bist bei mir hängen geblieben. Durch ne Beine. Ja, ich muss zu Gas geben, weil da ne Schatz ist. Hab scheinen Traum, meine Nationale. Komm, du kannst ins Rückspiegel. Hau's noch weg. Niemand ist hier. Rückspiegel. Wo ist denn jetzt hier? Warum seid ihr denn alle da vorne? Meine Karre, mir kommt sofort als fertig in die Handbremse. Hau's noch da auf. Alles klar, ich bin Beyblade, Junge. Was machst du denn mit dir und nicht, Nero? Oh, Jump. Wichtig. Mit der übelsten Geschwindigkeit. Oh Gott. Habt ihr euch getan? Ich bin zu vorbei wie in allem. Gennig. Nero, wo bist du? Ich bin da vorne. Alles klar, ich muss den Scheiß jetzt machen. Ich bin mit auf der Straße. Du bist aber eine Scheiße. Der ist. Wo sollen die anderen jetzt sind da? Krieg ich den Autokarten? Oder auf den Doxy. Nee, Chris. Ach, Chris. Da, der Chris. Hör mal auf. Da. Da fliegt er. Ja, ja. Los. Chris, mach dich vor. Ich hab hier aggro. Na, ich hab hier zwei, die mich hier penetrieren. Du hast gesagt, ich soll auf pink gehen. Ich bin auf pink gegangen. Das Bremsen klappt so super. Nein, ich häng hier fest. Los, mich. Scheiße. Ah, du Scheißvieh. Ich häng hier im Scheißgraben fest. Wir brauchen auf jeden Fall Lila. Geh weg, geh weg. Ich hab Lila. Drei, zwei, eins. Ich blocke ihn gerade schön. Mission Inconcured. Danke. Aber die sind auch so weit vorne. Jetzt hat er den auch noch befreit, der Blödmann. Ja, ja. Ich werde dich vom pink genervt, Alter. Geh weg, geh mal am Arsch. Nicht anschieben, Noxy, wir mussten von der Straße rammen. Ah, shit. Ist also keine Lila auf, ich komm gar nicht hinterher, da. Onkel, neff mich nicht. Du schiebst ihn ja immer an, das ist das Schwachsinn. Onkel, ich weiß, wo du bist. Du schiebst ihn ja immer an die Checkpoints rein, anstatt weg von der Checkpoints. Oh, die Seite hinten rein. Oh, mein Noxy, was machst denn du? Der ain't out, ist weg da, Alter. Fünf, der holt mich wieder da reden. Agro, wo bist du? Jetzt haltet ihr doch mal auf, ey, ich bin hinter euch. Die blocken doch gerade die Blöden. Der spawnt einfach. Okay, ich hab schon aufgeholt. Scheiße. Ja, sehr gut. Ne, wo? Ja. Oh, schnell, 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 jetzt muss ich Gabaxe haben. Wir kuscheln jetzt um fünf und du bist weg. Jetzt muss ich Chris helfen. Alter. Mich hat pinkt. Noxy, hilf ihm doch nicht. Wir müssen den Grünen ihm, ich helf uns. Wir müssen hier diesen Grünen da wegkriegen. Er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. Es ist der Puchel der Gesellschaft. Noch drei, das schaffe ich. Ich bin, ich... Es gibt Gas, wie blöd. Oh, Stonboi-Blocker. Es gibt Gas, wie blöd. Hau, hau duken! Danke, der war es richtig nice, ey. Einer rammt mich um und der andere stellt mich wieder hin. Alter. Oh nein. Abserviert. So, das wird dich erstmal außer Gefecht setzen. Nein. Sehr schön, Agro. Sehr gut. Ongel, ongel, ongel. Was denn, was denn? Ich bin gut, Agro. Ich wüsste nicht, wo es lang geht. Ich dachte, es geht für dich direkt rein. Ich bin durchgezogen. Der, 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 der Pinker. Alter, die Karre, wie verbeult die ist. Warte, ich schieb dich noch ein bisschen nach vorne. Äh, Nero, wo bist du? Ich schieb dich noch ein bisschen nach vorne. Also, ich bin lieber der Blocker. Ja, auf jeden Fall, so ist das Gruscht. Marco, wie sieht's aus, bitte? Mein illegaler Nitro. Hey, Checkpoint, komm. Sehr gut. Ach, Mann, ey, da kommt man nicht hinter, ey. Ja, ja. Komm, fahr vorbei, hol dir den noch. Dann schaffst du zwar nicht mehr, aber... Ich block orange. Das ist egal, die beiden Pinker sind vorne. Ja, fahr den... Ah! Was ist das Problem? Ich kann ich nicht mehr... Oh, scheiß Fußgänger. Nein! Ach, Mann! Ja, ja, ja. Hier hundertmal. Sehr gut. Scheiße. Aber ganz gut, komm, wir waren ganz gut. Das war, das war schön. Ich hab zehn Jahre altpunkte. Der Part ist auch so langsam mal am Ende. Aber du Nox. Das ist jetzt hier noch... Nächster will ich wieder blocken. Das ist jetzt... War das dritte Runde? Ja. Das ist egal. Das ist alles klar. Okay, meine Freunde, da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Wie immer alle verlinkt in der Videobeschreibung. Und da würde ich sagen, bis denn. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.